Hallo! Kraftwerke abschalten, Gasleitungsnetze herausreißen, Industrie vertreiben. Das, was Robert Habeck als Transformation anpreist, entpuppt sich als systematische Zerstörung der Wirtschaftsstruktur. Die Eliten in Politik und Wirtschaft unterschätzen den Ernst der Lage. Dazu ein Text von Alexander Wendt mit dem Titel Der Ruinator vom Mai 2024. Viel Spaß! Aus Sicht von Robert Habeck verlief das Jahr 2024 bisher höchst zufriedenstellend. Am 1. April gingen gleich 15 Kohlekraftwerksblöcke auf einen Schlag vom Netz, sieben braun- und acht steinkohlebefeuerte Anlagen im Gigawatt-Bereich. Die Blöcke, erklärte der Wirtschaftsminister, seien überflüssig und können endgültig vom Netz. Fast zur gleichen Zeit legte Robert Habeck ein Green Paper vor, das den Abriss von gut 80% des deutschen Gasnetzes vorsieht. Auch hier lautet das Verdikt, überflüssig für das Klimamusterland, zu dem er Deutschland umbauen will. Anfang März stand der deutsche Vizekanzler vor Studenten der Columbia University New York, um ihnen nahezubringen, was die USA alles falsch machten und er, Robert Habeck, richtig. Die USA sind nicht auf Kurs, Deutschland war es nicht, jetzt bringe ich es auf Kurs. Damit meinte Habeck sein solitäres Thema die Erreichung der sogenannten Klimaziele. Als Erfolgsausweis präsentierte er eine Prognose des Bundesumweltamts, einer nachgeordneten Behörde seines Ministeriums, die ihm Erfolge bei der CO2-Reduzierung bescheinigt und voraussagt, dass Deutschland seine Klimapläne bis 2030 erfüllen werde, wenn es beim Habeck-Kurs bleibe. Ein nicht ganz unwichtiges Detail ließ der Minister bei all dem Selbstlob weg. Die CO2-Emissionen der Bundesrepublik gingen 2023 zurück, weil die Wirtschaftsleistung sich deutlich nach unten bewegte. Die Wertschöpfung im produzierenden Gewerbe ohne den Bausektor sackte um 2% ab. Nur das Plus im Dienstleistungsbereich und ein hauchdünnes Wachstum beim Bau milderten den Abstieg noch einigermaßen. Am Ende schloss Deutschland das vergangene Jahr mit einem Gesamtminus von 0,3% ab. So glimpflich läuft es 2024 wahrscheinlich nicht. In ihrer jüngsten Gemeinschaftsprognose gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute nur noch von 0,1% Wachstum aus. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, rechnet mit einem abermaligen Schrumpfen von 0,3%. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer befürchtet sogar einen Rückgang von 0,5%. Das IFO-Institut Köln urteilt, die deutsche Wirtschaft ist wie gelähmt. Der Jobabbau in der Industrie nimmt erst richtig Fahrt auf. Zu den Energiepreisen weit über dem Niveau der internationalen Konkurrenz kommen schnell steigende Netzkosten. Hier schlagen die horrenden Kosten für den Stromnetzausbau immer stärker durch, erzwungen von einer Regierung, die Heizung und Verkehr in den kommenden Jahren weitgehend auf Strom umstellen will. Allein dafür rechnet die Bundesnetzagentur mit Gesamtkosten von fast einer Billion Euro. Zweitens macht die serienweise Abschaltung von grundlastfähigen Kraftwerken, erst Atom, jetzt Kohle, immer kostspieligere Netzstabilisierungseingriffe nötig. Der Begriff klingt sehr technisch, dahinter verbirgt sich allerdings ein ziemlich simples und teures Prinzip. Produzieren Wind- und Solaranlagen Überschüsse, die sich Mangelsspeicher in Deutschland nicht nutzen lassen, müssen die Netzbetreiber die bereits teuer vergütete Energie für noch mehr Geld ins Ausland verschieben, an manchen Tagen gegen Abnahmeprämien von bis zu 500 Euro pro Megawattstunde. Liefern Wind- und Solarparks wetterbedingt zu wenig, halten die Netzmanager die Versorgung aufrecht, indem sie Strom aus dem Ausland zukaufen und oder Industrieunternehmen Entschädigungen zahlen, wenn die ihren Bedarf drosseln. Allein 2022 kosteten diese Eingriffe 4,2 Milliarden Euro, finanziert von den Stromkunden. Für 2023 liegen die Zahlen noch nicht vor, aber es spricht viel dafür, dass das Jonglieren mit mal zu viel, mal zu wenig Strom mehr und mehr kostet, je stärker sich Deutschland auf wetterabhängige Anlagen im Inland verlässt und auf ständig laufende Kraftwerke, von denen allerdings, je weiter das Land auf Habeck-Kurs bleibt, immer mehr im Ausland stehen. Dauerhafte hohe Strom und steigende Netzkosten ergeben zusammen mit der üppigen Unternehmensbesteuerung, Staatsinterventionen wie dem EU-Verbrennerverbot und dem durch das Bürgergeld weiter angefachten Fachkräftemangel das, was Ökonomen den perfekten Sturm nennen. Mehrere Negativfaktoren summieren sich nicht nur einfach, sie verstärken sich einander. Energieintensive Unternehmen ziehen die Konsequenzen. Mit dem Satz, wir machen überall in der Welt Gewinne, außer in Deutschland, der Standort Ludwigshafen macht 1,6 Milliarden Verlust, kündigte der BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller die nächste Abbau-Runde im Stammland an. Wachsen, so Brudermüller, werde der Konzern künftig nur noch im Ausland. Der Autozuliefer- und Haushaltstechnikkonzern Bosch plant die Streichung von tausenden Stellen an fünf deutschen Standorten. Auch der Getriebehersteller ZF Friedrichshafen reagiert auf das EU-Verbrennerverbot, das zwar wackelt, aber bisher noch nicht gefallen ist. Der Betriebsrat rechnet damit, dass im Konzern bis 2030 gut 12.000 Arbeitsplätze verschwinden. Vieles, was Teil des großen Schrumpfens ist, schafft es gar nicht erst in die Medien, beispielsweise der Kehr aus in der Gastronomie. 2023 gaben 14.000 Betriebe in der Branche auf, 1772 davon wegen Insolvenz. Und Patrick Ludwig Hansch, Leiter der Kreditreform Wirtschaftsforschung, prognostiziert, die Welle hat gerade erst begonnen. Die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent, der Arbeitskräftemangel, die schwindende Konsumfreude, gegen diese Kombination kommen viele kleinere Lokale nicht mehr an. Für Robert Habeck bedeutet das, siehe oben, die Entwicklung geht in eine gute Richtung. Weniger Wirtschaft bedeutet weniger Energieverbrauch und damit weniger CO2. Seine Transformation besteht in einem riesigen Abriss des Bestehenden. Große Industrieunternehmen, Mittelständler, Kleinunternehmen, Kraftwerke, überall schrumpfen. Aufgabe, Verlagerung, das erklärt der Wirtschaftsminister nicht öffentlich zum Ziel, aber er unternimmt auch nicht das Geringste, um die Talfahrt wenigstens zu bremsen. Bei mehreren Auftritten sinnierte er zwar, die deutsche Unternehmensbesteuerung sei im internationalen Vergleich zu hoch. Konkrete Schritte, sie zu senken, keine. Selbst die Milderung der sogenannten kalten Progression, durch die der Staat bei Gehaltszuwächsen der Beschäftigten gleich wieder einen sattenteil abgreift, sabotieren SPD und Grüne. Ich verstehe nicht, warum SPD und Grüne diese Übereinkunft für 2025, 2026 wieder aufkündigen, beklagt sich FDP-Chef Christian Lindner auf Twitter, statt mit dem Ende der Ampelkoalition zu drohen. Dazu, was auf den großen Abriss quer durchs Land folgen soll, liefert Habeck nur einen einzigen nichtssagenden Textbaustein. Irgendwie wird das schon was mit dem 2021 versprochenen grünen Wirtschaftswunder. Eventuell halt etwas später. Noch stehen die Gaskraftwerke mit einer Kapazität von 60 Gigawatt nicht, die bis 2030 die Kohlekraftwerke ersetzen sollen. Woher das nötige Gas kommen soll, liegt ebenfalls im Dunkeln. Fachleute weisen außerdem darauf hin, dass das Niederspannungsnetz für die Zahl der Wärmepumpen und Elektroautos, die Habeck vorspebt, gar nicht ausgelegt ist und dass ein Ausbau Jahre in Anspruch nehmen würde. Und Großspeicher auf Flüssigsalzbasis, die eventuell später einmal Strom zu halbwegs verträglichen Preisen aufnehmen und wieder abgeben könnten, befinden sich erst im Entwicklungsstadium. Trotzdem stopfen die Grünen in ihrem Kahlschlagseifer unverdrossen voran. Gefolgt von der ehemaligen Industriepartei SPD. Auf die Osterabschaltung folgen die nächsten Kraftwerksstilllegungen, strikt nach Plan. Die Anlage in Jentschwalde beispielsweise, eine der größten deutschen Kohleverstromungsanlagen und unverzichtbar für die Versorgung von Brandenburg und Berlin, soll 2028 komplett vom Netz gehen. Egal, was Fachleute sagen. Egal, ob sich die Lücke bis dahin füllen lässt. Nach dem Prinzip, erst einmal weg damit, will der Wirtschaftsminister auch mit dem Gasnetz verfahren. Es soll schon jetzt größtenteils herausgerissen werden, denn 2045 muss Deutschland nach seiner Vision klimaneutral sein. Allerdings wurden 2023 nach den Zahlen des Heizungsindustrieverbands 790.500 Gasheizungen eingebaut und gerade einmal 356.000 Wärmepumpen. Derzeit verfügen 48,3% der 41,9 Millionen Wohnungen in Deutschland über eine Gasheizung. 23,4% wärmen ihr Zuhause mit Öl. 5,6% verfeuern Holz oder Kohle. Das, was nach grüner Planung ausschließlich übrig bleiben darf, Fernwärme und Wärmepumpe, macht nur 15,2% und 7,5% aus. Man muss kein Kraftwerkstechniker sein, um sich zu fragen, woher in Zukunft viel größere Mengen an Fernwärme kommen sollen, wenn ein Kohlekraftwerk nach dem anderen verschwindet und der Ersatz irgendwann oder nie kommt. Rational handelnde Politiker würden erst einmal Kohlemeiler so lange am Netz halten, bis es Alternativen zu bezahlbaren Preisen gibt und Leitungen im Boden lassen, solange noch kein neues System besteht. Habeck erinnert an den spanischen Eroberer Hernán Cortés, der 1519 nach seiner Landung an der Küste des heutigen Mexiko seine Flotte verbrennen ließ, um seine Männer zu zwingen, auf Gedeih und Verderb mit ihm gegen das Aztekenreich zu ziehen. Damit Cortés sein Ziel um jeden Preis erreichte, sollte keiner seiner Gefolgsleute auch nur an Umkehr denken können. Aber immerhin zerstörte Cortés seine Schiffe erst am Ufer. Habeck gleicht dagegen einem Kommandeur, der schon auf hoher See Feuer legen lässt und der Mannschaft erklärt, sie würden es schon noch rechtzeitig an Land schaffen. Abriss geht nun einmal deutlich leichter als Aufbau. Den erzwungenen Ausstieg aus der Kerntechnik feiert die Sonnenblumentruppe als großen Sprung nach vorn und Vorbild für die ganze Welt. Auf die Allianz von 30 Staaten, die gerade den Ausbau der Nukleartechnik beschlossen, lautet die Antwort von Technik-Koryphäen wie Habeck, Riccarda Lang oder Katrin Göring-Eckardt, alles Geisterfahrer. Sämtliche Strukturen, die die Grünen je schufen, funktionieren nur mit Subventionen. Irgendetwas, was sich aus sich selbst erhalten und zu wachsen vermag, findet sich in der Leistungsbilanz dieser alles durchdringenden politischen Kraft nirgends. Deindustrialisierung, das spricht zumindest die grüne D-Grow-Vordenkerin Ulrike Herrmann aus, sei ein Fortschritt. Und der schleichende Abschied der Chemieindustrie eine hervorragende Nachricht. Habeck sieht es vermutlich nicht so radikal, aber er scheint bereit, andere diesen Preis zahlen zu lassen, um als Klimaretter in die Geschichte einzugehen. Eine wirtschaftliche Schwächung Deutschlands galt in den USA und unter EU-Staatschefs lange Zeit nicht unbedingt als Unglück. Die Turboabwrackung der bisher noch größten EU-Industrie-Macht sehen die Verbündeten allerdings mit wachsendem Grausen. Konjunkturforscher Stefan Kurz, Direktor am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, kommentiert, der Abstieg des Standorts Deutschland geschieht schleichend, für viele gar nicht sichtbar. Er beschleunigt sich zwar, vollzieht sich aber offenbar immer noch so langsam, dass viele den Ernst der Lage unterschätzen. Mark Nelson, Chef des US-Energieberatungsunternehmens Radiant Energy Group, ein exzellenter Kenner der Zahlen, meint, es ist fast unbegreiflich für mich als Amerikaner, Europa in diese Lage schlafwandeln zu sehen. Schlafwandeln, die ganz große Vision vor Augen, diese deutsche Spezialität beherrscht kein Politiker so gut wie Robert Habeck. Die entscheidende Frage lautet, folgen ihm die Wirtschafts- und Politikeliten auf diesem Weg? Das ist ein sehr, 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 Bis zum nächsten Mal.